Ich wollte gerne mal wissen, wer ihr so seid. Ich heiße Verloren. Ja. Und es heißt Lukas. Ja, aber meine Zusatzfrage ist... Ich? Meine Zusatzfrage ist, Jason, seid ihr euer Name oder seid ihr noch mehr? Ich auch, wie ich sie hier sehe. Ich hab Haare. Ich hab Zähne. Ich hab Beine, die können gehen. Ich hab Finger, die greifen fest. Ich hab eine Nase, die sitzt im Gesicht. Schicke Nase. Okay. Doch weißt du, was für mich das Schönste ist? Alles das Zusammenhang. Das bin ich. Mein Name ist... Wie ist dein Name, junger Mann? Ben Ole. Ben Ole. Und jetzt ihr. Mein Name ist... Ben Ole. Was klingt da mal gelangwein? Aber... Wer kennt denn Ben Ole schon ganz gut? Ben Ole. Ben Ole träfft mich. Benjamin, wie gut kennst du ihn denn schon? Außer seinen Namen. Wo triffst du ihn denn schon mal? Wo macht ihr was zusammen? In der Bauecke. Hey, in der Bauecke. Siehste, du kennst Ben Ole mehr als nur nach dem Namen. Du kennst ihn als Spielkameran in der Bauecke. Hey. Dann fahren die da nicht so zurück. Gewitter. Mach mal die Augen zu. Könnt ihr erst die wieder sehen? Nein. Wie nur Geld. Hm, gewitter. Muss man sich vor die Wetter fürchten? David, wirst du dich jetzt von uns gekippt? Muss man sich vor die Wetter fürchten? Nein. Nein. Ich hab Angst schon gewittert. Ich mag die Lautstärke auch nicht und den hellen Blitz mag ich gar nicht. Auch von den Wetter an. Ja. Ich kann aber keine Angst haben. So. Und setzt ihr euch an. Ja. Okay. Wir haben vor dem Gewitter Angst. Wer hat vor dem Gewitter Angst? Wer? Und du? Und du? Und du? Und du? Und du? Und du? Nein. Ich hab manchmal Angst. Ich hab Freunde. Weißt du was für mich das Schönste ist? Alles das zusammen, das bin ich. Weißt du, was für mich das Schönste ist? Alles das zusammen, das bin ich. Mein Name ist... Wie ist dein Name, junge Dame? Alexa. Ihr Name ist... Alexa. Ah, und weißt du, wie gut sich Alexa jetzt fühlt? Weil die da in ihrem Namen gehört hat. Und weil die weiß, dass du sie kennst. Dari, was sagst du da? Du kennst sie gut. Ich hab Haare. Bitte, wo sind sie? Schon rausgefallen? Ich hab Haare, ich hab sie. Ich hab Beine, die können nach Biegen. Ich hab Finger, die greifen fest. Können deine Finger festhalten? Ich hab eine Nase, die sitzt im Gesicht. Okay? Weißt du, was für mich das Schönste ist? Alles das zusammen, das bin ich. Mein Name ist... Anna. Okay, aufgefasst. Ihr seid da. Ihr Name ist... Anna. Ja, Anna ist da. Ach, ist das schön. Wie schön, dass du hier bist und nicht anderswo. Hallo. 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 Denkt mal drüber nach, wer ihr seid. Von dieser Paar, wenn ich erzähle, versucht euch daran zu erinnern. Ja, ja, ja. Und seid froh, dass ihr euch alle habt. Okay, alle Leute gehen jetzt. Tschau. 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 Tschau.